In der fünften Aufgabe, beziehungsweise in der fünften Variante der ersten Aufgabe, war ein Akku gegeben und zwar mal so ein Rundzellen-Akku. Ich male mal kurz eine Skizze von dem hin, wie so ein Akku aussieht. Der hat natürlich hier oben irgendwo einen Pluspol und hier unten hat der halt irgendwie einen Minuspol. Und eigentlich wirkt dieser Akku, das stand auch in der Aufgabenstellung drin, in erster Näherung, wirklich in allererster Näherung wie eine Spannungsquelle. Also der Akku aufgrund der zellchemischen Prozesse und so da drin, hält der halt diese Spannung konstant, mehr oder minder. Und das sollte mal ein Lithium-Ionen-Akku sein, dann hat der halt so ungefähr 3,7 Volt, zumindest wenn der so halbvoll ist. Also wenn man den richtig voll lebt, hat der auch ein bisschen über 4 und wenn der richtig leer ist, hat der auch ein bisschen weniger. Aber so im Mittel hat der halt ungefähr diese 3,7 Volt. So und das sollte ein 18650 oder 65.0 Akku sein. Und das bedeutet dann, das hier ist die 18, das ist der Durchmesser dieses Akkus. Ich sollte das mir vielleicht eher so schreiben. Das ist der Durchmesser dieses Akkus. Das sind 18 Millimeter. Und das ist die Höhe oder die Länge dieses Akkus 65 Millimeter. Das stand auch in der Aufgabenstellung drin. Ja, ich zeichne das mal jetzt ruhig hier der Vollständigkeit nochmal halber ran. Das ist die Höhe und das ist der Durchmesser. So und dann war noch gegeben, dass in diesem Akku eine Ladung gespeichert ist von 2000, nicht 200, 2000 Milliampere Stunden. Ja, das ist eigentlich erstmal alles. Und die Null hier hinten, die Null heißt, dass das Ding rund ist. Ja, also wenn man mal irgendwie, und das ist so ein Standard Akku, die kann man halt für 5 bis 10 Dollar irgendwie in jedem Elektronikladen kaufen oder Euro. Also die sind halt überall verbaut in Taschenlampen und in allen möglichen Sachen als Standard Lithium-Ionen-Zellen. Und das ist auch so eine Standardkapazität. Gibt es auch ein bisschen mit ein bisschen mehr Kapazität, aber das ist schon so ganz okay. Okay, so und jetzt war halt gefragt, wenn man diesen Akku entlädt mit einem Strom von 500 Milliampere, wie lange dauert das? Wie lange ist die Zeit? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, Q hier diese Ladung ist doch, Ladung ist doch auch Strom mal Zeit. Und dann kann man es einfach nach der Zeit umstellen. Das ist einfach Q durch I. Und das Einsetzen und selbst wenn einem das vielleicht irgendwie alles überhaupt gar nicht eingefallen ist, kann man auch einfach ein bisschen scharf drauf schauen, vielleicht auf die Einheiten gucken und sagen, okay, wenn ich hier was habe, wo 200, 2000 Milliampere Stunden drin sind und ich hole da jetzt was raus mit 500 Milliampere, wie viele Stunden wird das halt vielleicht funktionieren und gehen und tun und so? Naja, halt 2000 Milliampere Stunden durch 500 Milliampere und dann kürzen die Milliampere weg und hier kann ich ein paar Nullen wegkürzen und 20 durch 15 halt 4, also kommen da 4 Stunden raus. Es gab auch Leute, die hier probiert haben, irgendwas mit Integralen und mit Ableitungen zu rechnen, also irgendwie so ganz diffizil hier zu sagen, okay, Q ist halt das Integral des Stromes über die Zeit integriert und das dann irgendwie nach der Zeit umstellen, was ja aber gar nicht so einfach ist, weil wenn die Zeit die Integrationsvariable ist, kann ich ja nicht einfach irgendwie nach der umstellen. Oder halt auch irgendwie gesagt haben, I ist DQ nach DT und dann, also so sehr, sehr aufwendig, anstatt zu sagen, okay, das ist einfach ein konstanter Strom. Dann ist es halt so, I ist halt, dann könnte man auch sagen, nicht DQ nach DT, sondern Delta Q durch Delta T und dann kann ich das halt eben einfach auch in diesem Sinne Delta T und Delta Q hier eben umstellen. Dann gab es noch ein paar Leute, die irgendwie nicht so richtig auf die Einheiten geschaut haben und halt festgestellt, ausgerechnet haben, 4 Sekunden, nach 4 Sekunden ist der Akku leer. Ja, ja, super Akku, wenn der halt nach 4 Sekunden leer ist. Ja, okay, 500 mAh ist jetzt auch schon ein ganz erklecklicher Strom, aber das ist ja auch eine ganz erkleckliche Kapazität. Und was soll das für ein komischer Akku sein, den ich irgendwo einbaue? Also hier in so einem Mobiltelefon sind natürlich flache Akkus drin, haben aber eine ähnlich große Kapazität und Nennspannung. Und so ein Handy will ich ja auch nicht nur ein paar Sekunden betreiben, sondern vielleicht bei voller Belastung und so eben auch ein paar Stunden. Das Handy braucht auch typischerweise, wenn das so im Standby rumdödelt, halt viel weniger. Aber wenn man die ganze Zeit auf voller Leistung telefoniert, dann hält so ein Handy natürlich auch nicht so lange. So, also 4 Stunden, das war alles, was hier gesucht war. In Aufgabenteil B sollte man ausrechnen, welche Leistung der Akku dabei abgibt. Naja, und jetzt kann man halt sagen, okay, P ist U mal I. Die Spannung haben wir ja und den Strom haben wir auch, der steht da oben. Also die Hälfte von 3,7 sind 1,85 Watt. Ja, und die Watt ergeben sich halt aus Volt mal Ampere. Viel mehr musste man da vielleicht gar nicht hinschreiben. Hier gab es auch Leute, die haben dann zum Beispiel irgendwie die Einheit hier des Milli vercheckt und haben halt 3,7 mal 500 gerechnet. Dann kam da halt 1.850 Watt raus. Da sollte einem auch der gesunde Mensch wahrscheinlich sagen, oh, wir haben da so einen kleinen Akku, der ist irgendwie nur ein paar Millimeter oder Zentimeter groß. Das wäre irgendwie sehr suspekt, wenn da halt 1.800 Watt aus diesem kleinen Akku rauskommen. Okay, vielleicht für nur 4 Sekunden, ja, okay. Aber wenn man den halt längerfristig entlädt, kann er nicht so eine große Leistung abgeben. Dann haben irgendwie ein paar Leute versucht, erstmal aus Spannung und Strom einen Widerstand auszurechnen und dann aus Widerstand und Spannung meinetwegen irgendwie eine Leistung. Ja, da kommt man am Ende halt, wenn man das irgendwie macht, auch auf den gleichen Zahlenwert. Aber, ja gut, dann rechnet man im Prinzip erstmal so aus, ich entlade diese Quelle über einen Widerstand und welche Leistung wird dann eben in diesem Widerstand umgesetzt. Ist schon irgendwie okay. Wenn man auch wieder als Student, als Studentin zeigen wollte, dass man wirklich absolut überhaupt gar nichts verstanden hat von dem, was man hier tut, dann hat man hier als Ansatz gewählt, ich muss mal rot schreiben, dann hat man hier als Ansatz gewählt U mal I mal Cosinus Phi, ja. Und es gibt hier keine sinusförmigen Größen, das ist ein Akku, der liefert eine konstante Spannung, da fließt ein konstanter Strom. Wie soll es da eine Phasenverschiebung Phi zwischen Strom und Spannung geben? Ja, ein absurd, absurd falscher Ansatz bei dieser Aufgabe, der wirklich zeigt, dass man einfach blind dreht irgendwelche Formeln aus seiner Formelsammlung benutzt, die hofft, dass die irgendwie passen könnten, ohne leider auch nur die geringste Ahnung zu haben von dem, was man da tut, ganz offensichtlich. Okay, bei C war nach der Energie gefragt, die der vollständig entladene Akku abgegeben hat. Und jetzt kann man sagen, okay, Energie, ganz allgemein physikalisch, ist einfach Leistung mal Zeit. Eine Leistung haben wir hier, eine Zeit haben wir da oben. Alles wunderbar, können wir halt ausrechnen. Viermal diese Dings ist ja das gleiche wie zweimal die 3,7, also kommt da halt 7,4 Wattstunden raus. Und die Wattstunden könnte man jetzt natürlich auch noch in Joule umrechnen, indem man halt einsetzt, okay, eine Stunde sind 3600 Sekunden, eine Wattstunde ist ein Joule. Und dann kommt man halt auf 26.640 Joule. Ja, und das ist also 26 Kilo Joule, das ist natürlich irgendwie schon ganz ordentlich als Energie, was in diesem dann doch eigentlich recht kleinen Akku da drin steckt. So, und wie klein oder wie groß dieser Akku ist, darum ging es in Aufgaben Teil D. Da sollte man nämlich das Volumen dieses Akkus ausrechnen. Und da kann man natürlich sagen, okay, das ist ja sowas wie ein Zylinder oder halt ein Prisma. Ich rechne einfach die Fläche, die Grundfläche mal die Höhe und die Fläche ist eine Kreisfläche. Da ist das Pi mal R² mal die Höhe und sparen jetzt mal das Zahlenwerte einsetzen. Und dann kommen da halt 16,54 Kubikzentimeter raus. Oder wenn man das in Kubikmeter umrechnet, sind das 1,654 mal 10 hoch minus 5, halt nicht minus 3, Kubikmeter als Volumen dieses Akkus. Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel bei schief gelaufen bei dieser Aufgabe. Achso, ich habe vielleicht noch bei der vorherigen Aufgabe vergessen, was hier so die typischen Fehler waren. Also was hier ganz viele Leute gemacht haben, ist halt zu rechnen mit 1,5c mal U². Und dann haben sie sich irgendwie noch ein C ausgerechnet aus C ist Q durch U. Und das ist aber falsch, leider, weil das ist keine Kapazität hier. Das ist keine Kapazität. Das ist kein Kondensator. Das ist ein Akku. Und der Akku wirkt wie eine Spannungsquelle. Das stand da auch in der Aufgabe drin. Da stand nicht, der Akku wirkt wie ein Kondensator. Um Kondensator ging es in der Aufgabe auch. Aber das kommt gleich noch. Der Akku wirkt wie eine Spannungsquelle. Und die Energie, die solche Spannungsquelle halt abgibt, ist eben eher diese Formel hier oben. U mal I mal T und nicht 1,5c mal U². Also das war leider an der Stelle falsch. So, nichtsdestotrotz haben wir ein Volumen ausgerechnet. Und jetzt konnte man halt aus dem Volumen eine Energiedichte ausrechnen. Und da stand halt drin, da soll man mal das Formelzeichen W geben. Und dann ist die Energiedichte eben Energie pro Volumen. Energie geteilt durch Volumen. Wir nehmen einfach die Energie hier und teilen die durch dieses Volumen. Und dann kommen da, je nachdem in was für Einheiten man das macht, 1,61, das ist vielleicht die handlichste Größe und die handlichste Einheit an dieser Stelle, Joule pro Kubikmillimeter raus oder meinetwegen 447.400 Wattstunden pro Kubikmeter. Auf jeden Fall relativ viel. Oder hier, das könnte man auch so umrechnen und sagen, das sind 1,61 Megajoule pro Kubikmeter. Und das ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Also nicht umsonst sind solche Lithium-Ionen-Akkus ja auch, wenn sie in den Thermal Runaway gehen, wie man so schön sagt, wenn sie halt überhitzen und sich selbst versetzen und die Energie, die halt chemisch in ihnen gespeichert ist, direkt in Wärme umwandeln und nicht in Strom. Wortwörtlich brandgefährlich und in manchen Fällen auch durchaus explosiv, weil halt die Energiedichte, die da drin steckt, auch mit konventionellen Sprengstoffen sozusagen durchaus vergleichbar ist. Also da steckt schon richtig was drin in so einem Akku. So, was ist halt hier oft schiefgelaufen? Leute haben halt gesehen, W als Formelzeichen. Ja, W, W ist doch Work, ist doch Arbeit. Haben vielleicht nicht gelesen, dass da direkt hinter dem W stand Energie pro Volumen und haben hier halt einfach nochmal irgendwie die Energie ausgerechnet. Oder nochmal irgendwie eine Energie ausgerechnet. Da kam dann auch nicht notwendigerweise die gleiche Energie raus wie hier oben, sondern irgendwie eine andere Energie, wo man sich dann fragt, okay, wie kann der einmal die Energie haben und einmal auch eine andere Energie hier unten. Naja, das wäre auf jeden Fall irgendwie hier ein passender Wert für die Energiedichte gewesen. So, dann ging es weiter. In Aufgaben.tf sollte man jetzt sagen, diese Energie hier, die soll jetzt mal in einem Kondensator gespeichert sein. Und die Energie in einem Kondensator ist natürlich 1,5c mal u². Und in diesem Kondensator sollte jetzt eben die gleiche Energie gespeichert sein. Er sollte auf die gleiche Nennspannung aufgeladen sein. Und jetzt kann man, und die Frage war, wie groß ist die Kapazität? Jetzt kann man diese Formel natürlich einfach nach der Kapazität umstellen. Die 2 auf die andere Seite. C ist 2 mal die Energie durch u n². Einfach die Zahlenwerte einsetzen. Ich mache das jetzt mal. Also 2 mal 26,6 kJ geteilt durch 3,7² Volt². Jetzt kann man wieder sagen, okay, Joule sind so viel wie Wattsekunde. Watt sind so viel wie Volt Ampere. Dann kürze ich Volt gegen das Quadrat von dem Volt da unten. Dann bleiben Amperesekunden pro Volt über. Und das sind auch tatsächlich Verrat. Da kommt Verrat raus, die Einheit deiner Kapazität. Das sollte ja auch so sein. Naja, und den Rest kann man jetzt halt ausrechnen. 2 mal 26 Kilo sind halt 50 Kilo, roundabout 50.000 geteilt durch 3,7 zum Quadrat. 3 zum Quadrat sind ungefähr 10. Naja, und ein bisschen mehr und so. Also wenn man es mit dem Taschenrechner ausrechnet, kommen da 3.000, also nicht 5.000 raus, sondern 3.892 Farad. Und das ist natürlich eine super hohe Kapazität für einen Kondensator. Also ich glaube nicht, dass man so einen großen Kondensator kaufen kann. Auch selbst nicht für diese Spannung. Also es gibt so Super Caps, Super Kondensatoren, die haben schon ein paar Farad, aber nicht Hunderte und nicht Tausende. Also da müsste man schon absurd viele von denen zusammenschalten, um halt auf eine Gesamtkapazität zu kommen, die halt in diesem Bereich liegt. So, was ist hier irgendwie schief gelaufen? Hier haben halt Leute irgendwie gesagt, sie rechnen ein C aus, einfach aus Q durch U, aus der Ladung, die wir haben und aus der Spannung hier. Aber dann ist halt nicht, dann hat man irgendwie eine Kapazität, aber der ist dann nicht die gleiche Energie gespeichert. Man musste hier die Energie gleichsetzen. Das war das, was man in der Aufgabe lesen musste. Okay, dann sollte man ausrechnen, welche Ladung ist in diesem Kondensator gespeichert, QC. Dann kann man natürlich einfach das C von da oben einsetzen, mal die Spannung, die wir da hatten. Da spare ich mir jetzt mal das Einsetzen. Also die Spannung, die Kapazität, wieder mal die 3,7 Volt, das macht 14.400 Ampere Sekunden. Die Fahrrad sind auch Ampere Sekunden pro Volt, dann kürze ich die Volt weg in dieser Rechnung. Und das sind halt, wenn man das jetzt durch 3.600 teilt, sind das 4 Ampere Stunden. Also das ist doppelt so viel Ladung, wie hier vorne drin steckt. Die 2.000 Milliampere Stunden kann ich auch als 2 Ampere Stunden schreiben. So, naja und warum steckt dann, wenn in dem Akku und in dem Kondensator die gleiche Energie drin stecken? Ja, bei dem Akku bleibt halt die Spannung konstant, wenn man den entlädt, wenn man den Kondensator entlädt, geht ja die Spannung runter. Ja, und deshalb muss in dem, und wenn die Spannung runter geht, dann fehlt irgendwie Spannung, um die gleiche Leistung zu erzeugen. Ja, und deshalb muss in dem Kondensator halt die doppelte, das ist, könnte ich hier hinterher auch schreiben, das wäre sozusagen 2 mal Q von dem Akku. Muss da die doppelte Ladung wie in dem Akku drin gespeichert sein, damit halt der Kondensator und der Akku die gleiche Energie haben. Also das ist nicht weiter verwunderlich, dass da halt das Doppelte bei rauskommt. So, dann sollte man ausrechnen bei H, welche, also angenommen jetzt, man baut diesen Kondensator als einen Plattenkondensator, welche Fläche müssen die Platten haben? Jetzt müsste man da hinschreiben, okay, die Kapazität von einem Plattenkondensator ergibt sich aus Epsilon mal der Fläche der Platten geteilt durch den Abstand und der Abstand war halt gegeben, der sollte 10 Mikrometer groß sein, also relativ klein. Und jetzt kann man es natürlich nach der Fläche umstellen und sagen, die Fläche ist C mal D, das D hoch und durch das Epsilon geteilt. So, und das C sind eben die 3892 Farad mal 10 Mikrometer, jetzt muss ich ein bisschen kleiner schreiben. So, und das Epsilon sind 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Volt Meter. So, jetzt müssen wir mal schauen, Farad sind Ampersekunde pro Volt, können wir die gegen die Ampersekunde pro Volt hier unten kürzen und ein Meter unterm Bruchstrich macht uns ein Quadratmeter hier oben. Also für die Fläche kommt tatsächlich Quadratmeter raus, das sollte ja auch so sein und so passen. Und, naja, dann kann man das einfach in einen Taschenrechner einsetzen oder halt mit Octave oder Matlab oder was auch immer rechnen und kommt darauf, daraus, dass, also hier stehen zwar Mikro, sind ja 10 hoch minus 6, aber hier unten stehen 10 hoch minus 12. Also, so, dass da halt, naja, 10 hoch 6 nochmal über den Bruchstrich irgendwie landen insgesamt. Deswegen sind das 4,395, nicht Quadratmeter, sondern Quadratkilometer. Ja, also das wäre wirklich eine, eine schon sehr große Fläche, die man bräuchte von einem Plattenkondensator. Ja, und natürlich könnte man dann den Plattenkondensator, wenn halt die Platten nur 10 Mikrometer Abstand zueinander haben, halt irgendwie aufrollen. Aber, ja, das würde trotzdem eine relativ große Rolle ergeben, wenn man, dass diese Kapazität, wie ich sage, die halt auch echt groß ist, tatsächlich als einen Plattenkondensator bauen möchte. So, dann kann man in HI, in Aufgabenteil I, das Volumen ausrechnen, dieses Plattenkondensator aus. Das ist natürlich einfach wieder die Fläche mal der Abstand hier, die 10 Mikrometer und kommt da drauf, dass das, naja, gleich der gleiche Zahlenwert hier natürlich ist. Mal diese Mikrometer noch gerechnet und dann sind das 4,3 irgendwas mal 10 hoch 4 Kubikmeter, wenn man das Einrechnen ausrechnet und die Einheit miteinander verheiratet. Und dann kann man noch in Aufgabenteil J jetzt die Energiedichte von der Kapazität ausrechnen, von dem Kondensator ausrechnen. Also wir nehmen die Energie, die da drin gespeichert ist. Das ist ja die gleiche, hier brauche ich kein C dran schreiben, aber wir nehmen jetzt halt das Volumen des Kondensators und rechnen damit die Energiedichte raus. Und dann kommen wir da drauf, dass das nur 0,0, nee, 0,606 Joule pro Kubikmeter sind. Also einfach wieder die Energie von hier und jetzt durch das neue Volumen. Und vorher waren das mal irgendwelche Mega Joule pro Kubikmeter und jetzt sind das eben nur noch Joule pro Kubikmeter. Ja, und das zeigt eben, dass die Energiedichte in so einem Kondensator viel, viel, viel geringer ist. Also da steckt die Energie in dem elektrischen Feld drin zwischen den Platten und hier steckt die Energie chemisch gespeichert in dem Elektrolyten- und Plattenmaterial. Ich bin ja kein Batteriechemiker, wo da tatsächlich die Energie drin gespeichert ist, aber hier steckt sie halt im Feld. Und in dem Feld kann man nicht so wahnsinnig viel Energie speichern. Deswegen ist die Energiedichte eben, ja, keine Ahnung, eine Million, mehr als eine Million mal geringer, zwei, drei Millionen mal geringer als halt in diesem Fall hier. So, ja, also typische Fehler waren jetzt hier auch, dass hier bei dem Volumen von dem Plattenkondensator wieder beliebige Formeln, die irgendwie zu einem Zylinder passen, eingesetzt wurden, wo ja nicht notwendigerweise das der Fall ist, dass dieser Plattenkondensator halt irgendwie zylinderförmig sein muss. Und dass hier unten wieder irgendwie eine Energie ausgerechnet wurde, statt eine Energiedichte, die dann aber auch wieder nicht zu dieser Energie passte oder zu dieser Energie oder zu irgendeiner, die vorher mal schon in dieser Aufgabe auftauchte. Das war dann alles so ein bisschen diffus. Aber letztendlich, naja, also zehn Rechenschritte auf jeden Rechenschritt gab es einen Punkt und eigentlich passiert in jedem nicht so wahnsinnig viel. Das war diese Klausuraufgabe.